Gibt's da so Gummibärchenpizza? In den Bienenpizza, Schreiber auf Powerbean Oh, ich poste dir mal kurz die TeamSpeak Ich steh doch bei mir auch auf der Seite, oder nicht? Boah Na egal, mach mal Hast du Arbeit? Ja, mach mal Ich will ja nicht deine Arbeit, genau Hast du Arbeit? Ist das halt? Ich bin voll nett zu ihr, ja? Jeder, mach bitte von weg Bin's gewünscht Ich hab mal falsch gemacht Übrigens, Safi, Kuro ist Schweizer Ach, ekelhaft Nein Wie kannst du das da anhetzen? Das ist der Reiche Ah, es gibt keiner so Können wir was überreden, aber das ist die Schmerzgrenze, ne? Witzigerweise hat Fanshafi jetzt eine ganz andere Variante gewählt, die er gar nicht genannt hat Und zwar Barbecue, Ananas, Zwiebeln mit Beef Was? Ja Ah, was? Ananas ist ekelhaft auf Pizzarei Boah, ich hasse Pizzarei Ja, ich hasse Ananas Boah, das ist so... Ekelhaft, einer macht ja Ananas Das ist genau wie Pilze Ich liebe Pizzarei, aber... Ja, auch Pilze sind auch ekelhaft Bah, geh weg mit Pilzen, ey, kannst du mich mitjagen, kannst du mich von hier bis nach Timbuktu jagen Mach mal Was? Mach mal I hate mushrooms Ohne Scheiß, irgendwas ist ja verkehrt, irgendwas hat hier irgendjemand Ich... Fuck Was? Hä? Mit Barbecue-Soße? Ja, das war mir klar, Barbecue-Soße verlauft dann Ananas, Zwiebeln und Beef, aber Ananas ist eklig Ja, das stimmt Gemeinschaft nicht festgelegt Das stimmt Wer dafür ist, dass Ananas... ...nicht so ganz lecker ist Schreibt nicht so lecker Super dagegen allergisch, also von daher hasse ich sowieso Ananas Also jetzt nur Ananas, oder die Pizza hab ich da? Ja, Ananas normal, also so kühl, dann schmeckt die geil Ja Aber so auf Pizza, nee, mach ich gar nicht Nee, Pizza, ey Nee, äh Also, nee, Ananas ist eigentlich nicht geil, aber so auf Pizza, nee Was ich ab und zu halt noch früher gegessen hab, war Toast Hawaii, aber so Pizza Hawaii... Toast Hawaii, Pizza Hawaii, Pommes Hawaii Ja Pommes Hawaii ist ja... das hab ich noch nie gehört Das möchte ich auch nicht probieren Äh, nee Ach ja Also, Pilze, Ananas schmeckt definitiv nicht Naja, also, äh, ich mag auch Pizza auch wirklich gar keine, äh, Champignons oder sowas, also... Doch, nee, absolut nicht Nee, geht nicht Nee, geht nicht Nee, geht nicht Geht gar nicht Oh nein Oh, das Wasser Ey, warte mal So, ist der Kuro jetzt mittlerweile im TS? Nö, ne? Nö Nö Doch, 2... Kuro 2.0 Empfangshalle Anna, komm runter in Community 1 Jetzt muss er 30 Sekunden warten 29 28 10 Sekunden Oder einer von euch, ähm, waltet noch mal seines Amtes Ich walte meines Amtes Nett Kuroo Kuroo Guten Tag Moment, was noch? Hallo, Moin Hallo, ich höre ein Hallo, ich höre ein Hallo, ich höre ein Hallo, ich höre ein Du hättest die Insta-Bahn bekommen Nee Guten Tag Guten Tag Ja, lieber Kuro, man versteht dich Sogar sehr gut, dank deinem neuen Mikrofon Hey Hey Kurs neue Mikrofon Jetzt in der Drogo Jetzt im Handel Musste ich das im PC wechseln, weil ich hatte ja auf dem Tablet gerade gespielt ein bisschen Hab ich gesehen, ich mag den Tablet Stream Und ja So sieht's aus, wie ihr denn? Und wir haben hier auch einen sehr großen Fan von dir Aha Und ja Ich hab Fans Ja, wir haben Fans Was? Saffi heißt er Saffi heißt er Ist nur der eine Saffi Die anderen mögen uns nicht Nihihi Waaah Die hassen uns Abgrundsiv Abgrundsiv So Jetzt werde ich euch doppelt hören wahrscheinlich Aber ich kann den Ton aus machen, das geht auch Mach den Ton aus Mach den Ton aus Der Ton macht die Musik Ja Ja Das sehe ich recht Mal doppelt Nur der Kuro macht die Musik hier Oh das macht dich dick Oh der kann mich doppelt hören Das feiert er Mh Ich feiert es Kuro spricht zu mir Hast du den Stream noch hier mit Musik an? Also mit Ton? Ja 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 wie geil ist das ey Jetzt fehlt nur noch Mammut Gut Torchman nicht Nein Torchman ey Jetzt fehlt nur noch Mammut Dann sind wir schon fast komplett in der Bagage Bauchschlampe Aber der ist ja momentan auch komplett ausgetreten Ah Ja Ja Bauchschlampe ist momentan ähm Nicht verfügbar Currently not available Error Error Seite 404 nicht gefunden Wir haben der Seite gesagt renn nicht in den Wald Doch sie rannte Jetzt blick ich das Das sind keine Treppen gewesen Das waren äh diese diese Ananteile hier Diese Ananas Die Ananas Der wohnt in der Ananas ganz tief im Kopf Spongebob schwamm Komm Können wir das schaffen? Wir schaffen das Niemals Ohne Flax heute in der Prüfung Können wir das schaffen? Ja wir schaffen das Ich bin bereit Ich bin bereit Jederzeit Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bereist Ich bin bereit Ich habe mich je Ich habe dich Na ja fantastisch Ich habe mich sogar Ich habe ihn Jetzt bin ich Ich habe mich Oder der Simadee. Ach, das ist immer so schwierig, das zu nehmen. Ja, der, die das. Gib ich schon den ganzen Namen, ich sag 2.207. Bei Golden Monty war das aber genauso anfangs. Sie haben auch gedacht, Golden Monty, Kerl oder so. Dabei ist es eine Frau gewesen. Tropenholz. Ey, das ist nicht Kuro. Eichenholz. Eichenholz. Das war bei Toschminger dasselbe. Ja, gut, bei Toschminger weiß ich das heute noch nicht. Und bei mir? Ich hab ich auf der DCs schon gesehen. Hatte echt jemand seine Achterbahn, er soll seine Hausrögen gebaut, er soll sich die Achterbahn durchwerfen. Aber bei Hamster wäre ich mir da nicht so sicher, ne? Ja, ich mein, hallo, Hamster, ja? Oliver Pocher und so? Oliver Pocher Geschichte. Boah, der wird sich so aufregen. Der wird sich so aufregen. Der wird sich so aufregen. Ich war ja drinnen mit meinem Freund. Ja. Also wer es nicht kennt, warte, soll ich das? Was? Die Pocher Geschichte mit Hamster. Oh. Also. Ich bin total Hamster. Die Pocher Geschichte. So, ich stelle mich jetzt kurz hier hin und bin ganz kurz abgab. Gleich, oder? Die Pocher Geschichte, warte. Gamescom, wann war das? 2010 oder so? Naja. Er hatte ein Interview mit Oliver Pocher, wow. Ja, pass auf. Das war so der Brüller einfach nur. Das ist das Schlimmste, was ihm im Leben passiert ist. Das Peinlichste, hat er gesagt. Und ich kann es verstehen. Ich sende jetzt gleich mal den Link der Susi und die kann es euch dann mal in den Chat schreiben. Für die anderen kann ich es auch nochmal in einem allgemeinen Channel posten. Warte, wann war das? 2010. Hast du gerade das parat? Ich finde es gerade nicht auf Anhieb. Ich sehe nur Straßenkobra auf der Gamescom. Du musst nur tippen Oliver Pocher Gamescom 2010. Das war es. Das war doch Straßenkobra, ne? Straßenkobra. Ja, das müsste es gewesen sein. Warte. Die Lele versteht den Kuro nicht. Kindler. So. Mein. Ich bin voll traurig. Ich habe es mal gepostet. Ab 20 Sekunden kommt der, Hamster, der mit uns mal aufnimmt und dann achtet mal genau darauf auf seine Aussagen. Das spricht so komisch. Das ist Schweizer. Das ist Schweizer. Schweizer Akzent. Ich bin Öktrecher. Und ich bin gerade beim Essen nebenbei. So, ich habe mal den YouTube-Linked-Postet. Ich bin Ausländer. Ab wann hast du das? Was sagst du? Ab 20 Sekunden. Da früht er sich so. Ja, wenn du das kennst, weißt du. Das ist so geil. Schon fies, Marc, ne? Ich weiß. Hey, ich bin Arschloch. Leib damit. Leib damit. Jetzt, okay. So, Bonzo, 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 Bonzo. Aber ganz ehrlich, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Ich dachte, Mikael, die spricht komisch. Kuru, du sprichst komisch. Warum? Warum, du machen Sachen? Warum? Rede mit uns, nein, besser nicht. Nein, du tust. Lass es lieber, lass es. Lass es lieber. Okay. Sollst du es wirklich machen oder lässt du es lieber sein? Jein. Mein, das muss doch jemand kennen. Das ist von Fettes Brot. Ja. Ja, ein Tschischchen. Hm, ne? Äh, siehste, ich kenne es. Ich kenne es. Habt ihr den Link gesehen? Ich feier das. Nur weil ich es gesagt habe. Sonst hätte ich es nicht. Nee, aber wenn er in der nächsten Aufnahme wieder dabei ist, der wird sich so ärgern, weil wir haben seine ganze Hütte da so, oder? Voll gespammt. Der Power B oder Big Power fragt, wie er Feuerstein bekommt. Durch Kies, oder? Durch Kies, wenn du Kies abbaust, drop das ab und an mal. Da raus. Wiedersehen King Arthur, er muss schlafen gehen. Tschüss King Arthur. Tschüss. King Arthur. Nee, ich lass mal King Arthur. Der muss schlafen gehen. Das erinnert mich gerade wieder an unsere Aufnahmen zu King Arthur's Girl. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ah. Äh, und Simha, die, ähm... Der ist schon vorbei. Was ist los? Fragt, ob ihr oft Streams macht und... Ach, wie oft Streams machen? Eigentlich machen wir das immer so just for fun, ne? Wenn wir gerade Bock haben, so wie heute. Aber man kann sagen, regelmäßig. Also es kommen schon ziemlich oft welche. Ich auch, so. Also Samstagabend bin ich dabei. Bin ich am streamen. Am streamen? Am streamen. Am streamen. Am streamen, genau. Am streamen. Was ist los? Und dann mein erstes? Und dann singst du? Und dann... Aber mal... Schock, du musst dich am streamen reißen. Sehr gut, Jackie. Nee, da erwartet euch noch eine fette Überraschung. Das Singen. Das singst du nackt? Nein. Nackt singen. Nein. Ich weiß, welche Person ich denn alle von meinem Stream verbanne. Warum? Damit ich erst gar nicht so eine Kommentare lese, in mein Chatfenster. Oh. Abfüllung drauf. Das ist immer gemein von dir. Ach, Quatsch. Singen. Nackt. Was kommt noch, ey? Außerdem muss ich jetzt kurz hinzufügen. Ich habe ja gesagt, das soll ja auf der Facebook-Seite mal kurz gepostet werden. Und wenn ich dann sehe, okay, es wollen doch wirklich viele sehen. Bisher hat es jetzt nur eine gemacht. Und deswegen... Ey, und das hat es zweimal gemacht, ja? Ja, aber zwar hast du es zweimal gemacht, aber bisher, wie gesagt, bei einer Person werde ich Sievengief nicht machen. Vielleicht haben es die anderen einfach nur nicht mitgekriegt. Ja, wahrscheinlich. Besser ist, ah, ihr habt es alle nicht mitbekommen. Dann musst du einen neuen Aufruf machen. Nein, ich mach gar nichts mehr. Neuer Aufruf für Mr. Schott. Das ist ganz einfach. Das geht ganz einfach, indem ich einfach noch mal in die Facebook-Seite poste. Genau. Die wollten mich gar nicht singen. Unsere wunderbare Sekretärin kümmert sich schon um seine PR. Ich mach einfach mal für meine verstellte Stimme an so. Nein! Doch. Nein. Nein. Unsere wunderbare Sekretärin kümmert sich jetzt um. Vielleicht, oder? Damit du nicht deine PR kriegst. Ja, warte. Geht gleich los. Ich guck nochmal, was sie mal an die Schimm hat. Ähm. Ach so. Sie hat Wasser. Wenn du mit einer Schaufel Kies abbaust, kriegt man mehr Flint. Das ist effektiver. So sieht's aus. Der Kuro, der fragt, der Kuro fragt, was ihr für Projekte geplant habt. Ach so. Kuro, ne? Kuro, warum reden, wenn man schreiben kann, oder? Ne, weißt du, wisst ihr, warum Kuro fragt? Ich hab nämlich gesagt, ja, ich hab da was in der Planung, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Und deswegen fragt der Kuro, weil der wissen will, was dann ist. Diabolisch. Der diabolische Meisterplan. Dieser Kuro. Dieser Kuro, was ein Schlitzohr. Dieser Kuro, ey. Oh mein Gott, dieser Kuro. Mhm. Oh mein Gott, dieser Kuro. Kuro, wenn du heute aufgepasst hast, heute kam schon die erste Folge von diesem Geheimen. Ach so, ich pass niemals auf, um bald zu schlafen. Heute kam schon die erste. Ne, gestern kam die erste. Heute kam die zweite. Ich hab gerade oft aufgestalten, wisst ihr das? Ja, du musst ja gleich wieder arbeiten, ne? Ekelhaft. Ekelhaft. Ich war halt bis ein Uhr wach. Ekelhaft wach. Das ist ja gar nichts. Ekelhaft. Ich war bis ein Uhr wach. Wann waren wir noch wach? Äh, drei? Halb drei. Halb drei, ja. Und ich hatte heute Prüfung, ne? Kuro? Denk dran. Also, ein Uhr mittags. So wie ihr meint. Ne, ich hatte, ich hatte um acht Uhr Prüfung. Also, ne, ne, halb neun. Was ist illegal? Illegal? Ja, steht hier. Legal, illegal, scheißegal? Ja. Inwiefern, in welchem Zusammenhang meinst du, was illegal ist? Ne, da stand hier von Trash. Safi ist gerade noch AFK. Ja. Das hat er aber auch gesagt. Ja, das hat er gesagt. Würdest du mal seinen Stream gucken? Ja. Ich dachte, hier hört man das ja auch nicht, ne, wenn er MTS sagt, dass er mal kurz AFK ist. Ja, stimmt. Aber ich hatte es mitbekommen, ich wollte bloß nicht in die Anmoderation reinreden und deswegen hatte ich mir das verknüpft. Anmoderation? Na, beim ersten Stream mit der Community hattest du ja gemeint, du gehst mal kurz weg und dann haben die anderen die Aufnahmen gestartet und du warst nicht da. Äh, du verwechselst mich gerade mit Safi, ist ja toll. Was? Was? Safi, könntest du mal kurz da bei Seite gehen? Oder hab ich jetzt was nicht mitgekriegt? Oh. Hä? Was? Ja, hab ich jetzt irgendwie was verpeilt? Ich dachte, hat der Paddy, nein, der Paddy redet gerade, dachte ich, deswegen. Was? Also, nein. Ich mach gar nichts, du sollst euch mal nur da weggehen. Also, unfassbar. Ich hab doch gesagt, du hörst dich manchmal an wie Paddy. Ja, aber nicht immer. Äh, darf ich das jetzt als Kompliment oder Beleidigung aufpassen? Ach, nee, Kamano, mein Schiff kommt abgekackt, wie man hier gerade sieht. Äh, ich start's kurz neu. Keine Panik, keine Panik. Alles gut. Keine Panik. Aber allzu lange werd ich jetzt auch noch mehr machen. Ey, es ist schon echt spät, die waren. Hm. Echt grün, meinst du wohl? Hm. Ja, das war so komponiert. Ja, doch stimmt. Ja, ja, dann könnten wir uns wohl langsam den Ende... Ach was, chillt man. No. Wir haben erst zwei in der Uhr. Was gibt's denn Big Power? Oh. Big Power. Ähm, SimHardie von Big Möchtest du denn jetzt in den YouTube-Channel wissen? Korrekt, das ist illegal. Und illegale Sachen tolerier ich nicht. Was dann? Was denn, was denn, was denn? Hier hat jemand ein Loch geklappt. Nee, Mann. Komplett, gerade nach unten. Wo denn? Damit da Leute reinfallen. Oh, oh, oh. Wo denn? Ist schon weg, hab ich schon gestopft. Ja, wo denn? Bin gut, in den Löffner stopfen. Wo denn? Moment, das hört mich falsch. Wo denn? Anstatt, anstatt man ja die Frage beantwortet, ne? In deiner Stadt, in unserer Stadt, neben deinem Haus. Ja. Ja, das war ich, du Penner. Das war freundlicher, Saffi. Krüppelkeile. Nee, mein Loch ist noch da. Mein Erben. Bitte was? Genau. Also, Saffi, das tut mir leid. Hier ist mein Loch noch. Ich hab sogar ein Filting gemacht, betreten ist tödlich. Ah, Lele, ich glaub, da hast du keine Schaden. Ich mache den Saffi nicht zum Singen. Nein! Und den Saffi? ich bin verwirrt äh, den Paddy, oh ja, ich bin auch verwirrt was denn, hä? äh, ich steh doch der Paddy soll singen, sagt sie immer wieder so, nein, das ist weg den Klo, alles was ist Plumpsklo, ah, Plumpsklo, ja, ich hab was rausgeschissen so, ähm, SimHD, ich hab dir mal den Teamspeak-Server gepostet da kannst du gerne raufgehen, wenn du möchtest Moritz, geh mal dabei Moritz, bleib treu Moritz, geh mal rein und ich, 222, sagt nicht schieben, aber hier schiebt keiner oh nein, nein ach so, jetzt ist es, äh, was ist, geht das schon? geht sofort los nur wer so, wer schiebt weiß ich nicht, weiß ich nicht hm 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 Die Lede mag euch so unheimlich gern musikalisch. Am besten Lede wünscht ihr doch, wünscht ihr doch, dass ihr jetzt alle, alle ein Duett singen oder ein Duett vorzettet. Alter, mein Name. Hat jemand Geburtstag? Nein. Das Schlimme ist aber jetzt so, wenn wir wirklich jetzt alle... Schnappi, 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 schnappi. Was denn? Schnappi, 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 schnappi. Lass den Guten doch mal aussprechen. Oh Gott. Wer soll sich das denn anhören? Kennt ihr die zweite Stufe noch? Tritron-Phi, Tritron-Phi, Tritron, keine Ahnung. Ich wollte aber wissen, was Marvin sagen wollte. Ja, Emil. Los jetzt. Schnappi, 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 schnappi. Nein, was ich jetzt sagen wollte, ist, wenn wir wirklich jetzt alle einen Song singen. Das Schlimme ist, es gibt ja zwei Leute, die streamen. Und wenn wir jetzt irgendeinen Song gleichzeitig singen wollen, dann ist das so ein Durcheinander. Ja auch. Das ist gut, das ist richtig gut. Das wird sich nachher nicht mal nach Gesinge, sondern nach irgendwelchem Geheuhe anhören. Das wird sich auch allein, wenn wir dann anfangen wollen zu singen oder Geheuhe anhören. Da braucht man manchmal zu früh für. Ja, Chucky. Saß, du fehlen hier zwei, ähm, Glasfenster? Mir fehlen's da Glasfenster. Welche Hura? Ja, Leute. Die? Ey, ey, ey. Der Simon sagt grad, dass er in zwei Stunden Geburtstag hat. Ausreden. Aber ob wir so lange noch den Stream laufen haben, ist sehr fraglich. Und vorsingen darf man nicht. Wo fehlen mir Glasfenster? Ich würd sagen, wir singen alle supergeil. Genau hier an der Tür. Welche Hura? Ich kenne den Text nicht. Ich auch nicht. Ich bin supergeil. Und hier tropft es von deiner Decke? Supermushi. Was? Supersushi. Supergeil. Ja, hier tropft es Laber, das war wirklich. Das siehst du hier. Das siehst du hier, ne? Guck mal. Ich bin supergeil. Ja, ich war ja bisher noch nicht so frei und bin einfach hier durchgegangen. Äh, bei Pokémon wollte ich ja als Lütz-Signal supergeil eintippen, aber da hat er geil nicht genommen, weil es irgendwie als Spam oder als Schimpf wird kalt. Ja. Wohl krass. Oben ist mein Gemach. Mein Gemach. Und da nimmst du mich jetzt mit? Aha. Geh wieder runter. Aha. Geh wieder runter. Geh wieder runter, ja. Ja, geh wieder runter. Ich habe da noch Dinge zu tun. Aber was ist denn hier noch? Ähm. Safi LP to big power. Zack. Ja, ich, äh. Ja, du, du, du. Mhm. Wir verfolgen das grad gespannt und gebannt. Ich bin übrigens grade mal was am vorbereiten. Ich hab da mal was vorbereiten. Warum? Oh mein Gott. Kamano fühlt sich immer angesprochen, wenn ich Jackie sage. Heißt du Jackie? Oder Jackie? Ich-chan. 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 Hey, hey. Ich-chan. 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 Vielen Dank.